Es wär Zeit, mal wieder was aus der deutschen Rap-Szene zu zeigen. Ich bin ja der Meinung, nicht jeder Depp kann Rap. Aber die drei, die jetzt kommen, sind aus der Königsklasse. Der König der Schulhöfe und der zukünftige König von Deutschland. Und mein Arsch, einen großen Applaus für MC Hunde Ficker 67. Featuring Lausschaufel. Featuring Piet. VBT Qualifikation. Yeah, acht Takte A Cappella Freestyle Schlagabtausch auf einen Beat von DJ Piet. Battle-Eule. Ich weiß, dass ein paar Arschlöcher da draußen meinen, sie könnten dieses Turnier hier gewinnen. Ich sag euch was. Meddler sind wesentlich härter als billige kleine Kack-Hip-Hop-Kasper. Wer auch immer das war. Ich schmeiß euch so die Punchlines raus, dass ihr euch löscht. Traut euch, battelt mich. 2 plus 2 ist 4, minus 1, das 3, das macht's. Everyday, months on the block, fuck. Ihr gebt euch Mühe in der Quali und seid trotzdem alle scheiße. Ich mach ein One-Tack ins Kamera, Mikro wird schon reichen. Also vielleicht für Platz 2, denn dieses Mal ist Hyboris dabei. Mir doch egal, was für ein Gegner hier ankommt. Ich bin King R und mach euch zu meinem Michael Santos. Hey now, you're an All-Star. Get to go on things, yeah. Hey now, you're a Rockstar. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. All these shooting stars, break the mold. VBT 2018, wer hat hier die Fix mit Hunden? Das bin ich. Ihr Trottel wollte sein wie Kolle, Farid oder Dietheit. Doch sag ja keine Wack-MC's, weil ihr keine MC's seid. Apropos Kolle, das Beste, was der hier gemacht hat, war, dass er einen Kolle-Fan geklatscht hat. Für mich hingegen seid ihr Hunde. Das hier ist wie Fight Club. Ich hab nen prallen Jarrag, so wie's Lobo, dann Brei-Jagg. Hey now, große Brüste. Ich will fucken, was ist sie? Hey now, ich will fucken. Ich küsse sie, ficken. Ich will nicht küssen, töte sie. Was ist sie? Ich will fucken mit Hunden. Yeah, yeah. Link zu Spotify und iTunes. Natürlich nicht in der Beschreibung. Aber so andere Sachen. Guckt mal rein. Bistet vor und eins. Vielleicht, äh, dann sogar mit richtigen Mikrofonn. Und die Hunde wieder. Hey now, ich will fucken. Will ich mit, äh, mit Hunden? Hey now, ihr ist die Brüste. Ich will fucken, was ist sie? Ich töte sie, picken. Ich will dich küssen. Töte mal. Kommt doch alle her, wir werden euch einfach zu Null schlagen. Das ist keine Arbeit, so wie Rändern und Hochland. Und mach mal nicht auf King in deinen drei Personen im Bundesland. Denn für krasse Parts haben wir sogar die Schattenmann. Für deine Choreo schämt sie selbst, L'Oreo. Nicht. Denn der ist tot. Lört mal lieber nicht. Du hast doch Scheiße auf dem Textblatt. Du bist wie meine Ex-Truppe, bevor ich sie gefickt hab. Well, the years stopped coming and they don't stop coming. Fat to the roots and at the ground running. It didn't make sense or to live for fun. You rain gets mad, but your head gets done. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You never know if you don't go. You never shine if you don't go. Hey now, Alexander. Alexander, Alexander, Abreg. Hey now, Alexander, Alexander, Abreg. Ja, ich weiß, du wolltest nur Fame durch die Tourniere. Aber leider hat das nicht funktioniert. Und all den Spikes macht nicht mehr mit. Und das heißt für dich, du hast kein Geld mehr.